ja die jahre leute mann herzlich kommen jetzt in einer weiteren folge pvz zusammen mit Markus wir spielen heute abschuss bestätigt zusammen auf der Seite der Zoll ich würde es um er die Sitzung vielleicht auch mit einem fähigen Team ja wir haben den Level 233 und 86er bei uns etwas werden aber sollten zusammen bleiben Abschuss bestätigt damit wir uns gegenseitig immer die Kugeln wieder einsammeln können weißt du da ist eine Drohne Drohne down da kommt der Fernwerfer Chaktag Hallo Markus ist next kill 2 er müssen uns immer gegenseitig die Kugeln wieder einsammeln damit die Gegner die Kugeln nicht kriegen so die Debit Kugel habe ich wir führen einfach 6 zu 1 das ist schon mal sehr gut da vorne kommt eine Erbse down da hinten ist ein Kaktus aber will ich jetzt wirklich nur ein Kaktus in ein Sniper-Duell geben das weiß ich nicht ich bin dann weil ich habe ich habe die Kaktus gekämpft die Kugel ist aber zum Beispiel auch noch die Bolle Na die Bolle kriegen wir nicht die wurde gesetzt die kriegen wir nicht ok dann hol ich mir jetzt hier die Kugel hinter dir die Kaktus ok hier links ist einer da ist eine Kugel von uns das ist halt nur Steppen so wo sind die auf der anderen seite da sind der markus der hoch bis zum einen Geld in der Nähe des Stadts der Ball aber noch eine alle von der Mann seine Menschen umlaufen sehen da vorne ist einer 2 hier ist noch der Schnapper irgendwo ja da unten und Kaktus und Erbsen zwei habe ich aber er hat mich kommt schon töte ihn wir feuer alle Küche saved er hat alle gesegnet sowieso ist ein Noob und ich habe eine ich habe eine jetzt ja wenn er holen ihn auch noch weg das hat er deine es war gut alter er ist voll gut die euch und dort die Bombe es gibt es gute Jungen alter muss einer gut übelst gut sein wenn er uns killt muss einer gut sein wenn er uns killt er er hat er zwei Kugeln es sei nun zu er zusammenfinden dass man hinter dem Haus treffen oder wo bist du B beim Haupteingang im Haus ist er denn das Haupteingang dass wir haben unten ohne und auf der Seite sind noch mehr da hinten ist der Kaktus ja und bonus er wollte das so gut mit der jungen alter hat eine kugel wurde gesetzt die wir leben was soll weniger leiden Prozent und ein doch steht jeden er ist dann und die Union hier scheint sehr gut für uns zu laufen 26 5 da hinten ist einer m er zusammen spielen wir wurden wir gewinnen in der sich jetzt zum Beispiel wieder oder alle hier sie gilt er ist nur noch ein Verboten leider ja das ist nicht ich habe sie beide weggeholt multitecnen was schön sind alles gerutscht schön flauschig warte ab jetzt was hinschirm monger sie die schon das liebste kann das worum wo er es getan ich werde die glauben auch keinen Kreisland da hinten oder ja da hinten die verkämt sich da die ganze Zeit etwas zu machen das Ding ist ein weniger er läuft die zurück wenn man sich überlegen das ist die Sonnenblume rechts auch tot was für die Punkte uns davon ist mehr abstehen und hier schützt den Herbst Vorlage Jungs nach vorne uns habe ich schon Köln Fios aber auch hinter uns der Typ der OP und der Kaktus und unsere Redungs auch hätte mir auch ist es Erbser okay wir haben ja nun bei mir auch wieder was ich sehe nicht was aber noch ich würde das von der Raketen sein wollen das ist ein Blumen 6 das dritte gab 10 Kugel davon ist der Kapolz und ich schaffte es erst ganz schlecht und hier dass jeder Kurs und die ersten ich habe das alles dieses Scheiß der Erbster hat wieder gesetzt und nicht erstattet wo hast du ich habe es schon möglich sind ja ich bin die anderen beiden gekämpft geil was ich habe nicht gekündigt aber Alona obwohl ich gesagt habe die sind da Mensch ja ich habe ja schon ein Kölktes getötet ich habe eine Fünfe abschliessiert in meinem Leben ja ich hatte gar nicht Sex, okay, schon mal dein Leben Dana hat ihn wiederbelebt und mich umgebracht ja ich bin gleich tot der ist zu guter Himmel oh scheiße die Bohne ja da hat er noch 10% er holen so ja das kann doch nicht sein dass er mit 10 Wurz ich habe ihn aber ich bin auch tot weil der Kaktus noch kam und der holt jetzt sich alle Kugeln Alter, die ich drehen das Spiel jetzt noch wir müssen uns wieder konzentrieren, Alter sonst die Trin ist nicht, Alter wir können es locker noch drehen theoretisch kann sie das zu Null gewinnen weil mit Zinsen gleiche Spiele und die sind richtig gut lass zusammenbleiben, Alter ja das ist schon wieder abgeballert von dem Tipp da drüben ich schon wieder dieser OP-Tipp Au, die habe ich nicht gesehen der Leventer ist einfach übers Gute immer ich habe den anderen aber der hat seine Kugeln, ne? fack nooo fack nooo oh, da ist Epsom einer wirds vorbei eine noch eine fackin Kugel da er warnt er flieht das war nicht oh man von hinten ich werde von hinten gerät ich bin tot, Markus hinter dir Kugel, Kugel, Kugel ok, Kugel nicht geholt und ich sage ich werde von hinten beschossen wenn es Krüger nicht Hilfe bekommen würde und du nicht einfach gehst und wenn du nicht sterb dass die Kugel noch aufhebst wer vielleicht auch sinnvoll und nicht einmal dran vorbeiläuft naja was schon naja man gibt es nur wieder ein schönes Glitzer-Päckchen frag mich auch mal wann die endlich enden aber so lange sind glaube ich näher ich mich dem Ende vielleicht schöne goldene Takuträger Diamant naja Leute ich würde sagen wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge PVZ bis dahin Servus und Ciao Illö